So, stay in the light. Mach mal das mal. Und du? Was war das denn? Mann! Das war jetzt echt gemein. Stay in the light. Vielleicht wird hier ja angespottet und alle jubeln und nein, da wurde ich hier vom Laser getroffen. Keine Ahnung, was das war. Okay, das heißt, wir müssen dem folgen. So, komm her. Also, wir rollen voran in die Zukunft mit unserem Ad. Dem Seelenlosen. Aber nicht Herzlosen. Denn er möchte seinen Freund wiederhaben. Seinen Ben. Toll. Optisch und Soundkulissenmäßig sehr gut unter. Uh. Alles wird gut. Alles. Oder auch nicht. Nein, 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 nein. Lauf! Lauf, Ben! 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 Nein! Was machst du? Ben! Bleib hier! Was machst du? Ich kann ihn kaum noch kontrollieren. Ben! Ja, nicht Ben. Ed. Er heißt Ed. Lauf, Ed! Boah, Ed. Ed. Was machst du? Jawoll! Mal ordentlich in... Nicht ins Ziel gekrüppelt, aber zum Checkpoint. Der Wahnsinn. Äh, ist ein bisschen Nuklear, oder? Was ist das denn jetzt hier? Aber es ist sehr tiefenentspannt. Zumindest was die Musik betrifft. Das passt alles wunderbar. Wieso komme ich nicht zum Checkpoint? Wo geht's rum hier? Ich hab keine Ahnung. Wunderfutter. Boah! Was war das denn? Das war gemein. Okay, weiter. Worum denn jetzt hier? Oh, 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 oh. Das ist... Nein, hier geht's auch nicht rum. Hä? Das ist eine Sackkasse. Verdammt. Ich glaube wieder zurück. Oh, Sackkasse. Wieder zurück. Boah, endlich. Geschafft. Checkpoint. Boah! So. Auf ein neues... Ich bin sich dran gefühlt. An diese Spotlights. Nochmal. Weiter geht's, komm. Boah! Das ist echt übel. Man weiß nicht, in welche Richtung das hier geht gerade. Ich bin nur auf dem Boden fixiert. Und alles wird gut. Ja, es wird gut. Es wird hoffentlich gut. Lauf, Ed. Ed, Ed, Lauf. Zu deinem besten Freund. Mit dem Namen Ben. Ben, Lauf. Ne, Ed, Lauf. Hahahaha. Leute. Das ist so gemein. Ich weiß nie, wann der es hier umschwenkt. Ah! Hahahaha. Boah, Gott. Hach, deswegen. Ach, Checkpoint. So, weiter geht's. Aufpassen. Sense 1. Gleich kommt ne Sense 2. Ey. Hahahaha. Nein, 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 nein. Ich bin echt paranoid gerade hier. Uah! Ey, das ist doch voll gemein. Ganz ehrlich. Boah. Ey, ja, 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 ja. Wohin? Da kommt ne Sense. Ist gar nicht gut. Da, Checkpoint. Komm, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Uah! Boah, Leute. Uah! Okay, weiter. Weiter geht's. Uah! Nein! Da war, da war Dosen. Ey, das ist echt schwierig. Ganz ehrlich. Das ist tricky. Nein! Verdammt. Spring. Uah! Der springt zu weit. Der springt zu weit. Dosen. Uuhuhu. Alles wird gut. Alles wird gut. So, ich spring jetzt mal nur kurz. Äh, nur klar. Ich mach nur kleine Sprünge. Ich mach nur kurze Sprünge. Sprünge. Alles ist gut. Ich lebe für immer. Über den Tod hin und weg. Wo geht's rum? Nochmal. Volle Konzentration. Sprünge. Mein kleiner Ed. Mein bester Freund. In die Zukunft. Mit viel Hundefutter. Katzenfutter. Egal was für Futter. Fleisch. Toll. So, warte. Jetzt aber. Jetzt aber. Ich hab's im Gefühl. Jetzt klappt's. Jetzt klappt's. Jetzt ist es auf jeden Fall. Zu schaffen. Boah, was blendet mich hier so? Diese dummen Spotlights. Jetzt. Nein. Oh Gott. Was jetzt? Jo. Ja, ja. Passt. Boah. Jawoll. You made it. 23. Candy mit Dosen. Wuh. Laserdrome heißt jetzt das Level. Cut, laser, cut. Jawoll. Jawoll. Also. Einmal Kopf abreißen. Man kennt's ja schon. Seid gegrüßt Leute. Auf geht's. 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 Nichts kann mich stoppen. Ich bin. Das passt. Unsterblich bin ich. Sehr gut. So. Das passt. Ja. Ja. Kann ich nicht drunter kriechen? Ja. Das klappt. Ne. Da drunter trau ich mich nicht so zu krabbeln. Ich spring mal. Das passt. Checkpoint erreicht. Einmal rüber. Das passt. Ja. Herrlich. Das ist meine Körperhaltung. Ergonomisch. Vom feinsten. Also. Verneuze. Hier. Einmal rüber. So. Ich hab den Arm verloren. Auch nicht schlecht. Naja. Aber wer braucht schon Arme heutzutage zum Rennen. Ja. Ich hab ein Bein verloren. Er braucht schon zweites Bein heutzutage. Er geht auch mit einem. Ingame. Zumindest theoretisch hier. Ingame. So. Versuch das mit einem Bein mal. Ach. Du dickes Ei. Ne. Das ist echt des Übel. So. Es nur mit einem Bein. So. Das klappt aber. Sehr gut. Sehr gut. Leute. Und einmal vorbei. Was ziemlich geil wäre. Wenn das Spiel im Koop geben würde. Dass man. Geheneinander rennt. Aber ich glaub das gibt's eh nicht. Müsste ich mal genauer nachschauen. So. Das passt. Das passt. Sehr gut. Das passt. Jetzt. Was ist jetzt hier. Moment. Easy. Da war schon safe gewesen. Was passiert. Na klar. Ja. 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 Ist ja gut. Ist ja gut. Gut. Und da rennt er. Da rennt er. Der Ed. So. Wir führen uns die Reise hin. Oh. Ich find Ed sympathisch. So. Nein. Ey. Das war jetzt echt unfair. Jawoll. Ed. Mit seiner krassen Short. Oh Gott. Verdammt. So. Aber jetzt machen wir's mal hier ganz. Chillig. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch doch. Oder nicht. Flieg. Jawoll. Hahaha. Ah. Ehrlich. Das war geplant. Voll nicht. Der Knaller. So. Warte. Wow. Ed. Weiter mit dir. Alles ist gut. Oh. Das sieht nur schlimm aus. Ist alles entspannt hier. Alles gut. Du schaffst das Ed. Sehr wohl. Jetzt. Hier runter. Das passt. Wow. Oh. Nein. Nein. Ed. Bleib hier. Oh Gott. Das hat echt Vorteil wenn ich auch so. Naja. Am Boden liege. Das ist so. So makaber. Das geht gar nicht. So. Hol ihn jetzt. Äh. Das ist der Checkpoint. Du musst irgendwie hinspringen. Los. Jawoll. Touchdown. Sehr geil. Ha. Boxfun. Man hört wieder sehr schöne Sounds im Hintergrund. So. Ja. Das sieht auch mal nach sehr viel Spaß aus. Ein bisschen zu gruseln gibt es natürlich auch. Und der Spot ist voll und ganz auf uns gerichtet. Denn wir sind ja hier in einer Gameshow. Für die Leute das nicht wussten ist erstmal eingeschalten jetzt hier aktuell. Oh. Oh. Wir spielen einen Untoten wie ihr es gerade erkennt. Und der versucht seinen Freund mit dem Namen Ben zu retten. Aus den Fängen eines fiesen bösen. Oh nein. Mist. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Nein. Fuck. Ähm. Ja. War stehen geblieben? Ich glaube wir. Ich wollte sagen dass wir versuchen unseren besten Freund Ben zu retten. Und der wurde von einem Showmaster. Toll. Ähm. Entführt. Ja. Und das ist unsere Hauptaufgabe und wir können unseren Ben nur retten. Wobei. Wenn wir. Wenn wir hier solche Parcours bestreiten. Äh. Dann gehen wir mal hier so rum. Aufpassen wo wir hintreten. Woah. Oh oh. Die brechen auseinander. Bisschen ducken. Oh. Nein. Boah. Das ist gemein. Da dreht sich das Ding auch noch. So ein bisschen. Hier wieder ein paar Dosen. Das passt. Das passt. Die Musik ist so wunderschön. So idyllisch. Was komplett zu diesem Charakter passt. Der ist einfach der Wahnsinn. Oh mein Gott. Wie soll man das denn jetzt schaffen. Oh mein Gott. Wie soll man das denn jetzt schaffen. Ich sehe jetzt schon dass ich meinen Kopf verliere. Wobei ich könnte doch. Warte mal. Wie mach's mal. Ich reiß meinen Kopf kurz ab. So wenn ich versuche. Mit dem Kopf hier hoch zu kommen einfach. Kann ich hier einfach hoch springen? Wieso geht das nicht? Doch. Es geht. Aber es ist etwas schwer zu steuern. Oh oh. Aufpassen. Oh 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 oh. Jawoll. Kopflos. Zum Ziel. Perfekt. Da sind wir wieder. So jetzt aber. Komm 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 komm. Lauf. Lauf Ed. The running Ed. So. Immer. Vor Ort. Renn. Ed. 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 Sehr gut. Jetzt aber. Zack. Zack. Lauf Ed. Lauf um dein Leben. Oder deinen Tod. Man weiß nicht genau. Oh eine Kanone. Äh. Wo soll ich mich denn jetzt hier hinschießen? Gibt es hier so ein geheimes Level da? Vielleicht ganz hinten hin zu dieser Fratze? Oder? Na ich glaube ich. Oh hier gibt es ja auch über was. Ich bin der Sternendeuter. Oh was mit mir? Ah ja. Checkpoint. Äh. Ich kann mich natürlich auch hier irgendwie zu den Sternen ballern. Aber ich glaube da kommen wir nicht weiter oder? Äh. Wir schießen mal rüber. Boah. Ich hoffe wir kommen drüben an. Ja. Okay. Das war leider. Hahaha. Übers Ziel hinaus geschossen. Aber egal. Ist auch nochmal. Also. Auf geht es. Oh oh. Oh oh. Da ist ein Timer. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh. Ducken. Das passt. Das passt. Sehr gut. Sehr gut. Ed. 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 Du schaffst es. Oh oh. Oh oh. Da ist was hinter mir. Nein. Oh. Das ist übel. Das ist ja ganz übel. Da kommt dieses Raster hinter mir hier. So weiter gehts. Nochmal. Auf geht es. Jetzt schaffen wir es aber. Und los gehts. Schnell durchrollen. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Hoffentlich alles gut. Oh Gott. 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 Nein. Lauf. Jetzt. Boah. Wir haben es geschafft. Aber ich bin etwas kuppelig. Was sind diese Hühnchen eigentlich? Warte. Ich weiß. Kopf da runter. Oh Gott. Was haben wir denn hier? Big Chicken. Oh mein Gott. Können wir denen irgendwas anstellen? Das ist so ein Secret Room. Da ist das Oberchicken Ding. Ich will da rein. Ich will da rein. Oh Gott. Tschüss. Oh Gott. Aber ich will da rein.